Jahrelang war Diana Burnwood mein Handler innerhalb der Agency. Sie lieferte Informationen und stand für Diskretion und ich für Perfektion. Wir haben uns vertraut. Dann, am 10. August, zwang Diana die Agency in die Knie. Sie löschte alle Konten, kappte alle Kommunikationswege, ließ die Agenten auffliegen und nutzte das Chaos, um unterzutauchen. Diana, sie redet ständig von ihm. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind also alle bescheuert, was? Hawaii sagt ihnen dann wohl auch nichts, oder? So, dass da eine Menge gesurft wird, Kumpel. Ich bin nicht ihr Kumpel, klar. Wir haben ein Mädchen aus ihrem Klub gebunden, vergewaltig zu der Morde. Auf ihrer Leichter wurde eine Postkarte aus Hawaii entlassen. Hey, da draußen gibt's eben ne Menge Freaks. Was die Mädchen in ihrer Freizeit machen, ist nicht unser Problem, Magi. Für sie sind sie also nur ein Haufen beschissener Huren? Haben sie gar kein Gewissen? Bei all den Titten und Ärschen, die wir jede Nacht im Gesicht haben? Ha, in diesem Hirn ist kein Platz für ein Gewissen. Ja, wie sehen wir für sie denn aus? Die Weihnachten helfen, die den Nordpol schützen? Oh mein, du würdest besser rissen, wenn ich dich anscheiße. Das hier ist kein nettes Geschäft. Gehen, verdammt. Wie sind Sie denn drauf? Wenn Sie Titten sehen wollen, müssen Sie bezahlen. Oh, kommen Sie schon, Mann. Hank kennt mich. Hey, Mann, Sie sehen gut aus. Bitte, ist Hank da? Kennen Sie Hank? Hank kennt mich. Ich kenne keinen Scheiß, Hank, okay? Decken Sie dran, gehen Sie zur Bar, wenn Sie im Wichsenclub sind. Tom ist gerne da, wo die Action ist. Oh, ja. Oh, ja. Take the limit. Please, baby. Woohoo. Jetzt. Sieg dir heute Abend die Einnahmen. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh Scheiße, nicht schon wieder! Das war's für heute.